Der Trend zum Urban Gardening, zum Naschgarten hält unvermindert an. Erdbeer Jansen in Kalkar setzt hier auf und bietet mit seinen eigenen Züchtungen viele interessante Sorten für Hobbygärtner an. Wir schauen uns einmal an, wie viel Arbeit dahinter steckt. Wir sind hier bei Jansen Erdbeerkulturen. Wir produzieren Erdbeerpflanzen in dritter Generation, seit über 60 Jahren. Und hier stehen wir in unserem Produktionsgewächshaus, wo wir im Jahr 13 Millionen Erdbeerpflanzen produzieren. Für den Hobbygärtner, damit jeder zu Hause eigene frische Erdbeeren ziehen kann. Unsere Erdbeerpflanzen vertreiben wir dann über den Großhandel. Unsere Erdbeerpflanzen sind zu finden in Lebensmitteleinzelhandel, in Baumärkten, in Gartencentern. Wir produzieren sechs verschiedene eigene Sorten. Das ist zum Beispiel die Erdbeerpflanze Turbulin. Das ist eine schnelltragende Erdbeerpflanze, die beim Kunden schon nach vier bis sechs Wochen den vollen Ertrag zeigt. Oder die Sorte Terralin, die sich wunderbar auf dem Balkon halten lässt, wo man den ganzen Sommer über Früchte ernten kann. Oder die Marmelin, die sich besonders gut für Erdbeermarmelade eignet. Hier haben wir unsere Marmelin-Erdbeerpflanzen. Diese werden gerade versandfertig gemacht. Und damit die den Versand auch gut überstehen, werden Fruchtansätze entfernt. Aber keine Sorge, beim Endkunden wachsen neue Früchte an der Pflanze ran. Hier stehen unsere Erdbeerpflanzen im dritten Jahr im Produktionsgewächshaus. Und in dem ersten Jahr wurden sie im Labor produziert. Im zweiten Jahr auf das Feld gesetzt. Und im dritten Jahr stehen sie jetzt im Gewächshaus. Und dort fanden Schritte statt, wie dass sie getopft wurden, ausgeputzt, sortiert. Und letztendlich werden diese fertig gepackt und mit dem LKW an unsere Kunden versendet. Ja, unsere Erdbeerpflanzen werden über Klone vermehrt. Und dafür wird von bestimmten Pflanzen das gesündeste, jüngste Material, das sogenannte Meristem, entnommen. Und am Ende auf Nährmedium vermehrt. Das sehen wir hier. Und diese Pflanzen werden dann im Gewächshaus wieder akklimatisiert, damit diese sich an die Umweltbedingungen wieder gewöhnen können. Und im Folgejahr werden diese auf unsere Felder gepflanzt. Hier pflanzen wir unser gesundes Ausgangsmaterial aus dem Labor in diese Rinnen. Und über das Jahr wachsen hier hunderttausende von Ausläufern ran, die im Folgejahr aufs Feld gepflanzt werden. Hier sind wir jetzt im Feld. Und dies ist die Mutterpflanze, die ganz viele Ausläufer nach links und rechts bildet. In den nächsten Tagen werden wir hier die Blüten entfernen, damit diese Pflanze mehr Ableger macht. Millionen von Jungpflanzen werden hier geerntet und dann im Kühlhaus eingelagert. Hier lagern unsere Pflanzen vom Feld, die wir dort geerntet haben und sind hier bei minus zwei Grad eingefroren. In diesen zwei Kühlhäusern lagern im Winter über 10 Millionen Pflanzen. Das ist die drei Kühlhäusern. In diesem Jahr nochmal ein bisschen mehr Ableger in D!!!!! Und jetzt haben wir leider noch nie ein bisschen mehr Ableger in Drei. Doch ein wenig wollen n isst. Und wir können jetzt noch nicht mehr Ableger in Drei. Und wir müssen auch noch etwas von Götternich. Ein paar Jahre mal ein paar Ableger in Drei. Und wir wollen das Götternich. Und wir müssen hier jetzt auch noch nicht mehr Ableger in Drei. Und wir müssen hier nach trafangen. Und wir können jetzt hier Üersprachen. Und wir können sich dort trafangen zu, und wir können in Drei, dass ja auch noch nicht mehr Ableger. Bei uns ist der biologische Pflanzenschutz sehr wichtig. Mit diesem Gerät hier bringen wir Raubmilben aus, die auf natürliche Art und Weise die Schädlinge für uns bekämpfen. Unsere Motivation ist, für den Hobbygärtner die leckersten und ertragreichsten Erdbeerpflanzen zu produzieren. Hier sind Sie nun, die Erdbeerpflanzen fertig für den Versand. Sie gehen just in time zum Kunden. Weitere Informationen liefern wir in Tasso Projekte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017